Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Im heutigen Video geht es um das neue Diamant Diva Paket in Fortnite Battle Royale, besser gesagt um das neue Starter Paket. Ebenfalls im Fortnite Job haben wir noch einige andere geile Gegenstände, beispielsweise hier das Fortnite Letzte Lacher Paket, das Grathaus Paket und auch einige geile Gegenstände aus dem Winter Event. Da sind heute auch einige neue dazugekommen, beispielsweise hier die Zuckerhacke und der Schneesoldat. Und ich denke auch, dass in den nächsten Tagen bis Wochen der Rest noch in den Shop kommen wird. Genau, wir haben auch ein anderes Spinnpaket, sag ich mal so. Das ist so ähnlich wie damals bei diesem Nick IH30 Paket, glaube ich war das, wo dieser Kanada Skifahrerskin wieder mit am Start war. Auf alle Fälle können wir hier einige Gegenstände, beispielsweise die Stachlichhacke und den Wespenkleider entdecken, die schon wirklich seit einigen Monaten und man kann schon fast jahren sagen, nicht mehr im Shop verfügbar waren. Das ist eine ganz geile Sache. Hier noch ein paar andere Gegenstände und jetzt kommen wir erstmal zum neuen Startup Paket. Also, dieses kostet 3,99 Euro. Eigentlich würde dieses 4,99 Euro kosten. Das ist aber noch ein bisschen reduziert, weil dieses 20% V-Bucks Event noch da ist. Und wie lange dieses noch geht, Leute fragt mich nicht, ich weiß es nicht. Mir wurde von einigen gesagt, dass das jetzt für immer da sein soll. Ist eine gute Frage. Wie gesagt, kostet statt 5 Euro jetzt nur 4 Euro. So, unabhängig davon gibt es natürlich den gleichen Stuff wie sonst auch immer, auch wenn es mehr kosten würde. Wir haben einmal, wenn wir hier auf Gegenstände betrachten gehen, den Diamant-Diva-Skin, den ich persönlich wirklich sehr, sehr geil finde. Dann hier dieses Brillanz-Pack-Back-Pling. Genau. Dann die 6-Karat-Killer-Pick-Ax. Und wie es sonst auch immer üblich ist, die 600 V-Bucks. Ist ein sehr geiles Paket. Preis-Leistung bei Starter-Paketen ist eigentlich meist immer sehr gut. Und ja, empfehlen würde ich dieses auf alle Fälle. Genau, liebe Leute. Wenn es zu der ganzen Thematik noch Fragen geben sollte oder es irgendwas gibt, was ich hätte noch ansprechen können, könnt ihr das genauso wie Verbesserungsvorschläge zu den Videos gerne mal in die Kommentare posten. Ist ja ganz klar rohr. Ihr könnt auch gerne mal auf diesem Kanal, auf meinem Schaf-Kanal, Zweit-Kanal oder Real-Life-Kanal und auch gerne auf dem Kanal von meinem Bruder Basti ein Abo und ein Like da lassen. Auch sehr gerne die Glocke aktivieren, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. In diesem Sinne bedanke ich mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Livestream oder Video. Euch einen wunderschönen Tag oder Abend. Macht's gut oder haut rein und ciao!